hallo youtube hier ist der walker 246 mit einer aktuellen sache und zwar kam ein paar mal die frage auf wie trete ich den banana club ein und zwar geht ihr hier ins forum auf griefergames.de ich gebe das noch mal kurz ein griefergames.de slash forum dann ihr müsst natürlich auch einen account haben ein forums account sonst bringt euch das nicht dann geht ihr hier auf clans suche also erstmal auf clans beta dann auf clans suche dann erscheint das fenster hier dann klaren name banana club steht jetzt bei mir vorgeschrieben weil ich schon ein paar mal danach besucht habe dann kommt man auf diese seite hier sieht man suchergebnisse banana club gründer mitgliederzahl gründungsdatum klickt man hier auf banana club kommt dann hier auf die übersicht seite wenn ihr natürlich ein account habt könnt ihr hier auch beitreten glaube ich war das und einmal was wichtig ist gefällt mir klicken weil damit zeigt ihr dass ihr richtig coole bananen seite ich würde mich freuen wenn ihr uns beitretet gefällt mir drückt und einfach einer geilsten community auf griefergames dabei sein möchtet in diesem singen sage ich mal nach diesem kurzen video bis zum nächsten mal hashtag banana club und 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 und